Willkommen zu diesem weiteren Video auf meinem Kanal und heute reagiere ich einmal auf meinen größten Hater und auf die witzigsten bzw. Hate-Kommentare unter meinem gestrigen Video, denn das gestrige Video hat ein paar mehr Klicks bekommen als sonst. Insgesamt sind wir gerade bei 3000. Freut mich sehr, sehr. Danke auf jeden Fall für den Support auf diesem Video. Und heute will ich einfach mal ein paar Kommentare da runter vorlesen, denn es sind insgesamt 91 zustande gekommen mit meinen Antworten, also echte vielleicht 70, 76 Kommentare. Habt ihr fleißig kommentiert? Danke auf jeden Fall an der Stelle. Und wir fangen direkt an mit dem ersten, ich würde es kein Hate-Kommentar nennen, aber mit dem ersten etwas dubiosen, lustigen Kommentar. Und zwar Lukas8i schreibt, du hast was vergessen und zwar wurde Sarah angeschrieben. Sorry, dass ich nicht weiß, dass Sarah angeschrieben wurde. Und Orange-Morange wurde erwähnt. Knossi war auch drauf. Das sind alles noch Infos, die nicht drin sind und deswegen gibt es keinen Like. Ja, darunter habe ich dann kommentiert, es wurden sehr viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens angeschrieben, das ist mir bewusst. Hätte ich aber jeden genannt, hätte das den Raben gesprengt. Und so ist es halt auch. Es wurden so viele Leute angeschrieben. Zum Beispiel hat es auch hier Moji mit dem Hacker geschrieben. Es hat so viele Leute mit diesem Hacker geschrieben. Er hat so viele Leute promotet. Deswegen, ich habe auch gar nicht erwähnt und ich will auch gar nicht erwähnen, dass ich alles, dass dieses Video vollständig ist. Aber fand ich ganz witzig, dass Sarah angeschrieben wurde. Ja, danke auf jeden Fall für den Kommentar. Jeder Kommentar ist gut. Also, könnte ich ja selber eure Meinung bilden. Kommen wir zum zweiten Kommentar. Und direkt einem etwas lustigen Kommentar. Und zwar von Steve. Grüße gehen raus an dich, Steve. Keine Ahnung, wer du bist. Aber Ehre, dass du kommentiert hast. Und er schreibt, die Katzentür im Hintergrund ist schief. Hashtag Monk. Und ich habe nur kommentiert. Haha, Ehrenmann. Ähm, ja, nice. Auf jeden Fall. Alle streiten sich und haten sich in den Grund und Boden. Und er schreibt einfach, die Katzentür ist schief. Finde ich auch nice. Ehre gehen raus an dich. So, bevor wir zu dem größten Hater auf diesem Kanal kommen, kommen wir noch zu einem anderen Hater. Und zwar von Soazetmeby. Er schreibt Drecksvideo. Ich habe kommentiert, danke. Er hat geschrieben, nichts zu danken. Geile Konversation auf jeden Fall unter meinem Video. Ich will gar nichts zu diesem Kommentar sagen. Ich schaue mir nur das Fortnite-Profilbild an. Und dafür ist für mich schon alles gesagt. Jetzt kommen wir finally, ohne groß rumzulabern, zu meinem größten Hater. Unter diesem Video und generell bisher auch auf meinem Kanal. Ähm, und zwar dein lieber Marvin Winkler. Grüße gehen raus an dich. Ähm, ja. Du hast ja öffentlich kommentiert unter meinem Video. Deswegen lese ich das Ganze jetzt auch mal vor. Er schreibt, ein nicer Clickbait. Wurde zwar nicht gelöscht. Ich hoffe, dein Kanal geht den Berg runter. Hinunter. Entschuldigung. Ich glaube, dafür müsst ihr jetzt erstmal einen Hate-Kommentar an mich schreiben, das ich runtergelesen habe. Also, er schreibt, ein nicer Clickbait. Wurde zwar nicht gelöscht. Ich hoffe, dein Kanal geht den Berg hinunter. Ja. Also, was soll ich dazu sagen? Erstens, Clickbait war es nicht. Denn Clickbait ist ja, wenn etwas nicht stimmt. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gemacht habe, war der Kanal deaktiviert, beziehungsweise gelöscht. Und man weiß, äh, man wusste zu dem Zeitpunkt ja nicht, was los ist. Deswegen war das kein Clickbait. Ich habe gedacht, er wäre gelöscht. Und viele, viele andere auch. Äh, ich denke, der Großteil. Ähm, denn der Account ist verschwunden von der kompletten App-Plattform. Und deswegen ist es für mich gerne Clickbait. Ähm, dann hat er mir nochmal schön gewünscht, dass mein Kanal den Berg hinunter geht. Was will man machen? Habe ich dann mal auf seinen Kanal geschaut. Und, äh, zur Überraschung, er hat zwei Videos online. Ähm, ich werde das mal nicht kommentieren, die paar Videos. Äh, also das eine Video. Ihr könnt euch ja erst selber eine Meinung bilden, ja, was ihr nun von dem Kommentar haltet. Äh, dass ihr mir sowas wünscht. Ich blende einfach mal das Video ein. War vor vier Jahren. Ja, ich glaube, das sagt schon sehr viel aus. Ah, no, 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 no. Hey, Leute. Hey, was soll das? Hm? Hm? Ich war irgendwie nicht jung. Du hast deine Pizza nicht bezahlt. Du, guck, du bist dran. Nein, warte. Wiener Würstchen. Ach, vielleicht dieser Wiener Wartwurst. Was hast du für Scheiß-Akzent? Brrrr. 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 Ha, ihr seid dran, ihr perfekten Kinder. Oh, nein, ein Teletubbie. Teletubbies. Also, ich weiß nicht, ich glaube, man muss zu dem Video nicht mehr sagen als, äh, ja. Gut. Also, ich würde sagen, ich, äh, meine es ich, also ich persönlich meine es hier nicht böse mit den ganzen Kommentaren. Ich finde es eigentlich eher witzig, dass ihr mir so Kritik schreibt. Äh, äh, war auch wirklich super Tipps in dem Video, äh, war auch wirklich super Tipps in dem Video, äh, auch viele Leute haben richtig schön kommentiert, ähm, was es mit dem Hacker auf sich hat, wie er das gemacht hat, ähm, war ziemlich, ziemlich interessant. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr das so aktiv wart. Bis auf die paar Ausnahmen, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, war es aber eigentlich ganz freundlich auch in den Kommentaren. Und ich würde sagen, das war es mit diesem kleinen Video. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.